Ein Erdbeben jagt das nächste in der Formel 1. Ja, Hamilton zu Ferrari. Es wird spekuliert, wer das Cockpit bei Mercedes übernimmt. Geht Alvin zu Red Bull und dann setzt Paris. Leclerc hat eine Ausstiegsklausel bei Ferrari. Und jetzt hat unser Insider Ralf Bach herausbekommen, dass eine interne Untersuchung gegen Red Bull Teamchef Christian Horner eingeleitet wurde. Hintergrund sollen schwere Vorwürfe einer Mitarbeiterin gegen den Briten sein. Red Bull Österreich bestätigt auf Nachfrage. Nach Kenntniserlangung jüngster Vorwürfe hat das Unternehmen eine unabhängige Untersuchung eingeleitet. Diese Untersuchung, die bereits im Gange ist, wird von einem externen, spezialisierten Anwalt durchgeführt. Das Unternehmen nimmt diese Angelegenheit extrem ernst und die Untersuchung wird so bald wie praktisch möglich abgeschlossen. Es wäre nicht angebracht, zu diesem Zeitpunkt weitere Kommentare abzugeben. Dass also die Wortwahl von Red Bull Seiten soll heißen, bis auf weiteres gilt die Unschuldsvermutung. Ja, und nach unserem Experten kamen diese Gerüchte nach dem Hahnkammrennen in Kitzbühel auf, das Skirennen. Dort sind ja bekanntlicherweise viele Formel 1 Entscheidungsträger unterwegs. Abonniert jetzt den Kanal, um diesbezüglich nichts mehr zu verpassen. Wir halten euch auf dem Laufenden.